Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Aktienrunde.de. Ich bin Konstantin. Templates, Indikatoren, das Internet ist voll davon. Häufig gibt es diese Indikatoren und Templates kostenlos. Viele sind auch kostenpflichtig. Fragt man sich natürlich, bringen die jetzt viel, haben die Vorteile, haben die Nachteile und genau darauf möchte ich in diesem Video einfach mal genauer eingehen. Denn Indikatoren sind eine Hilfe, aber niemals ein Garant dafür, dass Trades gelingen. Das ist der erste wichtige Punkt, der jedem klar sein sollte, der auch Indikatoren entsprechend verwendet. Sie dienen also somit nur als Unterstützung, aber man darf sich nicht zu 100% einfach darauf verlassen, ohne jetzt irgendwie beispielsweise die Preisbildung des betrachteten Assets zu hinterfragen. Denn ohne ein Verständnis für die Preisbildung, und das ist Punkt Nummer 2, ist es nämlich äußerst schwierig, langfristig profitabel zu sein. Man darf deswegen halt nicht den Indikatoren die komplette Analyse und die komplette Arbeit überlassen, sodass man gewissermaßen nur noch auf ein Ergebnis eines Indikators wartet, der sagt, so jetzt steig hier ein, geh auf Call oder Put oder Long oder Short und dann wirst du anschließend dein Geld bekommen. Das ist eben nicht so. Wenn das so wäre, dann wird es einfach jeder machen und es würde keine Verlierer geben. Viel wichtiger ist also ein Grundverständnis für die Preisbildung des jeweiligen Assets zu haben und durch Hinzunahme von beispielsweise Indikatoren entsprechend seine Analysen bestätigen zu lassen. Das ist eben diese Krux an der Sache. Man muss also das Grundverständnis haben und zusätzlich dann die Indikatoren als Hilfe verwenden. Ich nehme mal ganz gerne das Beispiel, ja, ist ein bisschen bildlich gesprochen, dass ein Trader eine Art Detektiv ist. Das heißt, er muss etwas analysieren, etwas untersuchen, beobachten und daraufhin dann seine Schlüsse ziehen. Und um das jetzt mal aufs Trading quasi zu, ja, überzuleiten, wir als Detektive müssen gewissermaßen das Grundverständnis erstmal aufbringen, die Preisbildung, die Marktbewegung zu verstehen und als Hilfsmittel, wie beim Detektiv beispielsweise eine Lupe oder ein Notizblock, kann man hier entsprechend dann einen Indikator hinzuziehen, der letztendlich unsere Analyse, die wir im Vorfeld schon durchgeführt haben, durch die Indikator-Aussagen, durch die Indikator-Signale entsprechend zu bestätigen. Was aber auch ganz wichtig ist, je mehr Indikatoren man verwendet, desto unübersichtlicher und teils vielleicht auch widersprüchlicher kann das Ganze sein. Denn letztendlich gilt auch hier, man sieht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wenn man eben das Template mit Indikatoren überlädt. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, so ein korrektes Mischungsverhältnis zwischen Indikatoren und Price-Action-Methoden gewissermaßen zu finden. Ja, Price-Action ist eben genau der Begriff, der an dieser Stelle erwähnt werden muss, denn dabei handelt es sich dann eben um die Analyse der Preisbildungen ohne Zuhilfenahme von Indikatoren. Das heißt, man schaut wirklich nur, wo sind Unterstützung und Widerstände, die man aufgrund der Kursbewegung einer bestimmten Periode gewissermaßen dann schon feststellen konnte. Auch hierzu gibt es natürlich Indikatoren, deswegen gibt es hier auch nie so eine ganz klare Trennung meiner Meinung nach. Es gibt halt Indikatoren, die genau diese Unterstützungs- und Widerstandslinien einzeichnen, dann aber natürlich immer, ich sag mal, algorithmisch bezogen auf eine bestimmte Periode. Wenn man das Chart jetzt komplett ohne Indikatoren sich anschaut und daraufhin dann seine eigenen Unterstützungs- und Widerstandslinien setzt, kann das natürlich dazu führen, dass andere Linien gesetzt werden, als sie normalerweise beispielsweise durch die entsprechenden Indikatoren gesetzt würden. Also hier gibt es zwar Parallelen, aber trotzdem muss man halt nochmal voneinander trennen und das ist der letzte und wichtige Punkt, den ich jetzt auch nochmal in Bezug auf Indikatoren in diesem Video auflisten möchte. Und zwar ist es grundsätzlich auch so, dass Indikatoren gewissermaßen immer nur die vergangenen Kursbewegungen analysieren und aus diesen gesammelten Daten, die schon vorliegen, entsprechende Aussagen treffen und Signale herausgeben. Beim Price Action ist es eben so, dass man auch die aktuelle Kursbewegung direkt mit in seine Analyse einbeziehen kann. Die Indikatoren analysieren das Asset quasi immer nur rückwirkend, woraus man dennoch aber auch für die Zukunftsschlüsse ziehen kann. Ich hoffe, in diesem Video ist jetzt einfach mal so ein bisschen klar geworden, dass weder das eine alleine noch das andere komplett für sich allein gestellt zu einem perfekten Ergebnis führt. Das Ziel ist es eigentlich, eine vernünftige Mischung zwischen Price Action Methoden und Indikator Zuhilfenahme entsprechend zu erreichen, damit man letztendlich das Grundverständnis für die Preisbildung verinnerlicht hat, da das eben Grundvoraussetzung ist und durch die Zuhilfenahme der Indikatoren dann letztendlich die Entscheidung, die man vorab gewissermaßen schon gefällt hat, nochmal bestätigen kann. Da diese Price Action Methode eben oder überhaupt das Grundverständnis für die Preisbildung einfach unserer Meinung nach unabdingbar ist, um langfristig profitabel zu traden, haben wir uns hierzu wirklich auch schon ausführlich Gedanken gemacht und sind auch aktuell dabei, einen Kurs hierfür zu entwickeln, wird allerdings noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil wir da wirklich alle Grundlagen reinbringen möchten, die euch dann auch in dieser Hinsicht nochmal weiterhelfen. Wir sind auf jeden Fall dran, weil das eben unserer Meinung nach auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Schreibt uns wie immer gerne unterhalb des Videos euer Feedback, eure Kommentare, eure Fragen, dann gehen wir darauf nochmal genau ein. Ansonsten möchte ich euch empfehlen, unseren Newsletter zu abonnieren. Einen Link dazu findet ihr auch unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung, denn über diesen Newsletter veröffentlichen wir laufend hilfreiche Artikel und geben auch teilweise kostenlose Templates. Hier sind wir wieder beim Begriff Template und kostenlose Templates heraus und auch andere Geschenke, die ihr letztlich kostenlos erhaltet. Es ist also absolut hilfreich und empfehlenswert, diesen Newsletter zu abonnieren, da er zumal auch völlig kostenlos für euch ist. Ich bedanke mich wie immer für euer Zuschauen, freue mich auf jegliches Feedback und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao! Bis zum nächsten Mal.